Ich hatte etwas super Spannendes in der Post. Erstmal musste ich den Klebestreifen aufschneiden, dann den Karton aufreißen, dann konnte man schon recht schnell erkennen, was das ist. Der Karton ist von Fujifilm, um genau zu sein, handelt es sich um das 8-16mm Objektiv, welches ich schon wirklich lange haben wollte. Also schnell die Anleitung weg, Karton aufreißen, dann die Schutzfolie abziehen, anschließend konnte ich dann endlich den Objektivdeckel abnehmen und die Schutztüte nochmal abnehmen. Als man das Objektiv nicht anfassen konnte, fühlte es sich super hochwertig an und man hat ganz schnell gemerkt, warum es ein Red Rage ist. Es ist super solide verarbeitet, fühlt sich einfach erstklassig an, sieht super schön aus. Ich bin wirklich gespannt darauf, auf die ganzen Fotos, die ich mit dem Objektiv machen werde. Ein ausführliches Video wird dazu noch kommen. Jetzt kann man erstmal den Look genießen, wie das schöne Objektiv aussieht und dann geht es auch schon bald los ans Shooten.